Als vermisst? Nein. Und Sicherheit? Dass man halt nicht so abstürzt, sicherheitsmäßig. Also gar nicht so sicher, oder? Und R1? Gar nicht so sicher, oder? Die sind... Neuseeland Airlines? Das sind die, die sicher sind? Ja. Wieso denn die? Die stürzen einfach nicht. Aha. Und dann Nummer zwei? 26, meine Güter, kommen ja noch tausend Länder vor, oder? Da, wo denn bist du mit dem Scooter? Und das war mal auf Platz 18. Hm? Und das war 2010 auf Platz 18. Woher weißt du denn das alles, sag mal? Ähm, Mama. Jetzt mal ernsthaft, interessiert das? Und gucke die Nachrichten. Ist aber krass, dass du sowas weißt. Jetzt mal ganz ehrlich, da wundere ich mich echt ein bisschen. Die, 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 die. Und die Wanderer gehört auch.